Easy Go Hey Leute, was geht? Der Alex Horn, Gagri Gaming hier und willkommen zurück zu einem neuen Let's Watch Overwatch. Ja, wir haben gerade schon zwei richtig heftige Fracks gesehen von unseren Verdächtigen auf Mirage. Ja, aber ich will jetzt einmal kurz einmal schauen, was für Stats er hat. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo er den anderen weggeholt hat. What the fuck, was ist denn da los? Er weiß auch, dass er da drin hockt, also deswegen aimt er da auch ganz seit hin. Was heißt, er aimt da hin? Er, äh, keine Ahnung, was er da macht. Ja, Aimbot ist da 24-1, die Stats sprechen für sich. Hundertprozentige Headshot-Quote, also, äh, what the fuck is going on here? Ich werde jetzt noch einmal kurz die Konsole anschmeißen hier. Dann kann man, kann ich nämlich hier schön auf Zeitlupe stellen, bam, wie er den weggeholt hat. Und wieder auf normales Weed. Ah, Gottchen. Ja, er, da braucht man nicht drüber reden. Also, er hat auf jeden Fall den Aimbot an, er triggert durch die Wand, also nämlich an, dass ein Wallhack auch mit drin ist. Äh. Ich bin echt heute ein bisschen gereizt. Ich versuche schon zum 15. Mal, glaube ich, einen Overwatch aufzunehmen. Und jetzt hatte ich 14 Mal tan an da einen Spinbot da. Und jetzt habe ich so einen. So einen, über den wir nicht mal reden müssen, wirklich. Jetzt hat er mal selber einen reingekriegt. Was habe ich gerade gesagt, wegen Spinbot und so? Also, ich habe gerade nicht gesagt, dass ich irgendwie schon, äh, 5000 Spinboter hatte, ne? Alter. Also, der Typ kriegt gleich sowas von ne Packung von mir. Ich habe jetzt auch das halbe Aurobot schon durch. Ich stelle mal hier auf, äh, vierfache Geschwindigkeit. Da braucht man, glaube ich, auch nicht mehr drüber reden, dass er da, ja, durch die Wand alles holt er. Drei durch die Wand jetzt. Was ist denn jetzt mal eine beschissene Maus? Jetzt hat er selber mal da eine Packung gekriegt, aber... Ey, das ist doch der absolute Abfuck. Das sind so welche Leute, ich weiß nicht, wenn, haben die zu viel Geld wegen ihrem Account? Oder die haben ganz kleine Penisse. So richtig kleine. Wo brauche ich denn jetzt mal eine Maus? Da. Ja, jetzt bleibt er mal wenigstens wieder still stehen. Ja, Leute, ich glaube, das hat sich jetzt gerade mit denen erledigt. Ich dachte, ich bekomme einen halbwegs ordentlichen hier, aber... Äh, sorry, da brauchen wir nicht drüber reden. Dann wird es halt ein relativ kurzes Overwatch. Ich mache jetzt hier mal auf volle Geschwindigkeit. Dann geht das Video wenigstens schnell durch. Zack. Ja. Muss ich hier die Konsole einmal zumachen nochmal. So, Zielhilfe hat er. Sichthilfe hat er. Andere weitige Cheats. Ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, äh... Ja, Spinbot ist ja eigentlich hier, äh, Zielhilfe und Sichthilfe. Also andere Externe ist ja scheißegal. Ja, Spielbehinderung, äh... Ja, gut. Ist ja egal. Ich habe ihn ja jetzt für zwei Sachen schon angeprangert. Also... Arschlecken. Ja, gut. Ich hoffe, dieses kurze Overwatch hat euch gefallen. Und, ja. Wenn ihr Bock habt, mache ich jetzt, äh... Wieder halt ein bisschen mehr Overwatch. Weil ich bin ja in letzter Zeit ziemlich viel am Streamen hier. Warcraft 3 oder auch den Danger Mode habe ich hier letztes Mal, äh... gestreamt. Wenn ihr Bock auf mehr Overwatch habt, dann schreibt es in mir in die Kommentare. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Na, bis zum nächsten Mal. Der Alex von GagriGaming. Ciao.